Und bei dir Saisonstart? Ich habe erstmal hier Frühjahrsputz machen müssen. Hast du siehst du? Ich habe mal eine Felgenreine gemacht, weißt du? Eine Sommerbereifung draufgezogen, was du siehst, oder? Das sind ja alle Wetterreifen, weißt du? Das heißt, mal ein bisschen Schlick ist auf der Fahrbahn. Und was ist denn mit hier los? Der Vögel, der hat ein bisschen schwitzen hier. 12 PS, 20 Millimeter durchlassen. Hast du hier auch ein bisschen trainiert, über den Winter? Ja, ja. Aber mal wieder grillen, wäre auch wieder was Feines. Gerade bei dem Wetter hier. Weißt du das? Das klingt wie ein Bienenschwurm. Was ist denn das für eine Karre? Ach, ist das eine Ratte. Es werden immer mehr hier, Mensch. Das ist ein Amt der Axt. Mensch, nach mal, wo fahren wir hin? Heute ist angrillen. Angrillen? Los geht's! Das ist ein Amt der Axt. 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 Das ist ein Amt der Axt.